Ich glaube, unsere Superpower ist eigentlich unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Das sind echt die Superpower des Universums, weil die echt kein anderer hat. Weißt du, fliegen können auch die Vögel, aber die können keine Gedichte schreiben. Die können singen. Aber wir können so viel, was andere nicht können. Und ich glaube, wir sollten begreifen, was für Superpower wir eigentlich haben und wie besonders das ist in diesem Weltall. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das auch zu beschützen. Willkommen zu einer fesselnden neuen Episode meines Podcasts, in der wir nicht nur die unendlichen Walten des Universums erkunden, sondern auch einen Blick auf unsere eigene Existenz werfen. Und dabei erfahren wir mehr über die Geschichte eines Mannes, der uns neue Perspektiven eröffnet. Ich bin Shirin de Bruyne und unser Gast heute ist Professor Heino Falke, ein preisgekröner Astrophysiker und Radioastronom, dessen bahnbrechende Forschung uns tiefe Einblicke in die Geheimnisse des Kosmos gewährt. Und seine Arbeit unter anderem am ersten Bild eines schwarzen Lochs, ihr kennt das Foto höchstwahrscheinlich alle, hat weltweit für Furore gesorgt. Und als ich ihn das erste Mal persönlich in Köln traf und wir über die, ich sag mal, vielfältigen Aspekte des Lebens und Kosmos so philosophierten, wusste ich sofort, diesen inspirierenden Geist muss ich euch vorstellen. Warum? Weil seine Forschung nicht nur wissenschaftlich relevant ist, sondern auch tiefgreifende Fragen aufwirft, über Mut, über tägliche Motivation, über das Durchhalten, den Umgang mit Unsicherheiten und die Suche nach unserem individuellen Beitrag zur Welt. Lasst uns jetzt also gemeinsam neue Horizonte erweitern und damit herzlich willkommen, Professor Heino Falke. Hi Heino! Hallo! Schön, bei dir zu sein. Dankeschön, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und wir fangen immer traditionell mit der Frage an, welche drei Hashtags beschreiben dich denn am besten? Ja, zum Glück war ich vorbereitet und musste lange nachdenken. Also Hashtag neugierig ist sicherlich einer, der gut passt. Hashtag warum nicht? Eine Frage, die ich immer wieder mal stelle, einfach mich dumm stelle und frage, ja, warum geht das nicht? Warum nicht? Und manchmal gibt es da gute Erklärungen dafür und manchmal stellt man fest, oh, das könnte vielleicht doch gehen. Und das letzte, der Hashtag getragen, weil so fühle ich mich im Leben, getragen. Nicht, dass ich mich selber tragen muss. Schön, das ist jetzt ein schöner Teaser, weil wir werden da natürlich in deine Hashtags neugierig, warum nicht und getragen, noch mal ein bisschen näher einsteigen. Fangen wir aber erst mal von vorne an, würde ich sagen. Und sag mal, war denn Astronomie schon immer dein Traumberuf oder gab es einen Moment, in dem sich das alles verändert hat? Ach ja, ne, mit fünf wollte ich Müllmann werden. Dann wollte ich Tierarzt werden, wie das so ist bei Kindern. Oh, schön. Ich glaube, Astronaut war auch mal dabei. Das klappte aber nicht so ganz. Also habe ich schon direkt gemerkt, dass da bist du nicht gut genug für. Und dann waren es schon auch die großen Fragen, die mich interessiert haben. Gerade so in der Jugend, auch schon von Anfang an. Wie groß ist der Himmel? Was ist dahinter? Gibt es schwarze Löcher? Was ist der Anfang von allem? Und dann habe ich so in der Jugend geschwankt zwischen Physik, die so ein bisschen wirklich an die grundlegenden wissenschaftlichen Fragen rangeht, und die Theologie. Das ja auf eine ganz andere Art und Weise an grundlegende Fragen rangeht. Dann habe ich festgestellt, dass ich der Nerd bin und eher ein besserer Wissenschaftler wahrscheinlich bin als ein Pfarrer. Und bin dann in der Astrophysik am Ende gelandet, weil die eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren so ein exponentielles Wachstum gezeigt hat, wo wir jährlich eigentlich neue Welten entdeckt haben. Und das war eine sehr spannende Reise, das mitmachen zu dürfen und zu sehen, wie sich ja unser Universum unfasslich erweitert hat in diesen 20, 30 Jahren, ich glaube, es sind ja schon fast 30 Jahre, wie ich da mitgemacht habe. Es fühlt sich immer noch an wie gestern, als ich angefangen habe. Du bist ja immer noch voller Leidenschaft wie gestern. Ja. Und sag mal, Stichpunkt unendliche Weiten. Das Weltall dehnt sich immer, 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 immer weiter aus. Macht dich das nicht wahnsinnig? Also zu wissen, da gibt es irgendwie kein Ende. Gibt es da ein Ende? Also so viele Fragen zu haben, die noch unbeantwortet sind. Wie gehst du mit all diesen Fragen um? Mich macht das ja wahnsinnig, wenn ich keine Antwort in greifbarer Nähe habe. Das waren jetzt vier Fragen auf einmal. Ja. Du kannst damit umgehen, Heino. Zum einen, ich fühle mich wohl in diesem Weltall. Das Zweite ist, es dehnt sich aus, ja. Und wir werden auch nie alles jemals erfahren und erreichen werden. Wir sehen ein Universum, das größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Mehr Sterne als Sand am Meer. 95 Prozent der Sterne, die wir sehen, werden wir nie erreichen können, selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit dahin fliegen würden, weil sie entweder dann schon ausgebrannt sind oder das Universum ist so weit auseinandergeflogen, dass wir da gar nicht mehr hinterherkommen. Also es ist schon ein sehr verführerisches Festmahl, dieses Universum, von dem wir nicht essen dürfen. Ja, also wir dürfen vielleicht so ein bisschen die Vorspeise probieren, hier direkt da unsere Umgebung. Und der ganze Rest des Universums, der bleibt eigentlich für immer vor uns verschlossen. Aber dann finde ich es eigentlich ganz gut, wenn immer noch Fragen und Möglichkeiten offen bleiben. Also es wäre, glaube ich, ein sehr langweiliges Leben, wenn wir alles wissen und alles erforschen und alles erfahren könnten. Und gerade die Tatsache, dass da Grenzen gibt, die wir in der Physik immer wieder entdecken, macht es ja eigentlich so spannend. Ja, da hast du recht. Stimmt. Ja, habe ich so noch gar nicht davor nachgedacht. Ja, hast du recht. Ist gut, Fragen zu haben. Ja, und sag mal, warum nicht, ist ja auch nicht nur ein Hashtag, sondern auch eine ganz wichtige Frage, die du dir ja auch bei deiner Arbeit und auch persönlich immer wieder stellst. Welche Warum-nicht-Frage hat dich denn auf den Weg gebracht, dich um das schwarze Loch zu kümmern und da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen? Ja, das war schon in meiner Promotionszeit. Also ich wollte immer was mit schwarzen Löchern zu tun haben, eigentlich in der Zeit, weil es war klar, das ist so die ultimative Grenze der Physik. Da, wo die großen Theorien unserer Welt zusammenstoßen, die Quantentheorie, die ja sehr erfolgreich ist, eigentlich unser Leben zu beschreiben, nämlich die Materie, das Licht, das beschreibt die Quantenphysik und die Relativitätstheorie, die Raum und Zeit beschreibt, also das Theater, in dem sich unser ganzes Leben abspielt. Ja, alles passiert in Raum und Zeit. Und diese beiden großen Theorien benutzen wir eigentlich täglich im Alltag. Jeder benutzt die Relativitätstheorie von Albert Einstein, wenn er sein Navigationssystem benutzt und wenn er sein Handy benutzt, benutzt er die Quantenphysik oder sie. Und am Rand von schwarzen Löchern scheinen diese beiden Theorien inkompatibel zu werden. Die klappen nicht mehr. Irgendwas ist da noch zu entdecken. Und das ist natürlich immer spannend. Und deswegen dachte ich, bleibe mal irgendwie in der Nähe von schwarzen Löchern. Und dann hört man natürlich immer, ja, die sind so weit weg, die kann man nicht sehen und so. Das sind irgendwie so mystische Objekte. Ja, und ich dachte mir eben, ja, warum nicht? Warum kann man sie nicht mal versuchen, sich anzuschauen? Warum nicht? Kann man sie vielleicht wirklich mal sehen? Und die erste Antwort, die ich hatte, war Nein. Also ich habe dann gefragt, ein bisschen rumdiskutiert und da war ich noch ganz am Anfang eigentlich in meiner Wissenschaftlerkarriere. Und irgendwie hatte ich mich auch selber überzeugt, ach nee, das klappt so gerade nicht. Aber dann ist es so in mir, es ist mir hängen geblieben, die Frage. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich einen Denkfehler gemacht habe. Und zwar sehr einfach einen dummen Denkfehler. Und das habe ich aber erst ein paar Jahre später gemerkt. Aber die Frage, die ist so hängen geblieben. Und dann habe ich durch Zufall in einem Buch geblättert, was mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen geöffnet hat. Wo ich dann festgestellt habe, hey, es geht doch. Es könnte doch gehen. Ich hatte mich zum Faktor 5 vertan. Man muss ja in der Wissenschaft, also nicht nur rumlabern, man muss ja auch hin und wieder mal was durchrechnen. Man muss aber was rechnen, ja genau. Bei uns sind schon sehr wichtig. Und wenn man sich da am Faktor 5 vertut, dann ist das nicht so schön. Das war eine reine Abschätzung gewesen. Aber dieser Faktor 5 war schon entscheidend. Und dann war klar, es könnte gehen. Und dann hat es noch 20 Jahre weiter gedauert, aber okay. Ja, Wahnsinn. Da möchte ich auch gerne mal ganz kurz drauf. Also es hat ja einfach mal, du wusstest ja auch nicht am Anfang dieser 20 Jahre und auch nicht im 20. Jahr, dass es jetzt funktioniert und dass du jetzt dieses Foto mit dem Team sozusagen erstellst. Das ist schon mal faszinierend. Ich selber, ich höre ja super gerne auch ganz viele Weltall-Podcasts. Das ist auch mal zum Einschlafen mit meinem Mann. Immer irgendwelche Dokus in allen Mediatheken. Deswegen, dich habe ich auch schon öfter gesehen. Du hast mich auch schon öfter beim Einschlafen begleitet. Und das Faszinierende finde ich aber, wie man es durchhält, wie die persönliche Motivation sich so stark entwickeln konnte. Und auch resilient gegen jegliche Herausforderungen, Konkurrenz auf dem Weg. Dass man so lange diesem einen Ziel, ich will das jetzt erforschen und ich möchte davon zum Beispiel ein Foto schließen. Wie das sich entwickelt bei einem Menschen, bei dir? Wie hast du dich über all die Zeit motiviert und auch bist am Ball geblieben und bist deinem langfristigen Ziel treu geblieben? Wie hast du das gemacht? Naja, es sind schon grundlegende Motivationen, die man hat, was man eigentlich so will. Und ich wollte immer diese grundlegenden Fragen beantworten. Das war klar, in diese Richtung wollte ich. Und dann träume ich auch sehr viel. Also ich habe von vielen Dingen und so. Und ich weiß, dass die meisten Träume eigentlich nicht in Erfüllung gehen. Aber wenn mich dann irgendwas gepackt hat, dann denke ich da doch länger drüber nach. Und ich gucke auch sehr kritisch danach. Warum? Also warum nicht? Aber auch, warum könnte es nicht gehen? Das ist auch die andere Frage. Also ich denke wirklich und ich rede auch mit Leuten, auch Leuten, die es oft besser wissen als ich. Um einfach rauszukriegen, was sind die Showstopper? Also du kannst ja von allem träumen, aber du musst es ja irgendwann mal realisieren. Und also dadurch denke ich schon sehr, sehr viel von diesen Visionen, Ideen und Gedanken, die man hat. Manchmal sind es ja nur ganz kleine Dinge, manchmal sind es eben große Sachen. Und ich habe mich auch nie einschüchtern lassen dadurch, dass bestimmte Träume zu groß sind. Warum nicht? Ich meine, also kleine Dinge können funktionieren und große. Und beides kostet manchmal genauso gleich viel Arbeit. Auch nur manchmal kleine Dinge zu verändern in dieser Welt. Auch unfasslich viel Geduld. Ja, absolut. Und es gibt Leute, die also, keine Ahnung, in irgendeiner Stadt ewig darum kämpfen, um, weiß ich was, einen Krötenwanderweg oder sowas möglich zu machen. Nur um, um diesen Kröten geholfen ist, ja, und brauchen sehr viel Energie und Zeit. Und das kostet fast manchmal genauso viel Arbeit, wie irgendwie ein riesen, ja, eine riesengroße Idee zu verwirklichen. Also ich glaube da, die Größe sollte einen nie abschrecken. Auch nicht die Kleinen, die Kleinigkeit, ja. Also es ist, glaube ich, alles gleich wichtig. Denn wenn die vielen kleinen Dinge nicht passieren würden, dann wird das Größe auch nicht funktionieren. Ja, also das ist, ich glaube, man braucht so eine bestimmte Balance zwischen den Kleinen und den großen Träumen. Ja, ja, ja. Ja. Und, ja, und dann ist das Letzte, ist so ein, ich habe da auch so ein gespanntes Verhältnis zwischen den Ideen und, weil es sind natürlich, du denkst immer, es sind deine Ideen, es sind natürlich nie immer deine Ideen, weil sie entstehen ja oft im Gespräch mit anderen. Deswegen ist es wirklich nicht, also eine Idee gehört nie immer dir selber alleine, sondern es ist immer das Ergebnis von, ja, von vielen letztlich. Und manchmal denke ich, okay, jetzt braucht es dich aber trotzdem, um diese Idee dann umzusetzen. Ja, und manchmal braucht es mich nicht. Manchmal laufen Ideen von alleine. Und ich kann Ideen auch loslassen. Es tut manchmal ein bisschen weh. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist auch so, dass mein, zum einen Seite, da bin ich vielleicht das arrogant, wenn ich denke, ich habe genug Ideen, irgendwie. Getragen von Ideen, Hashtag getragen. Ja, das ist ein bisschen, das ist spiritueller gemeint. Mit dem Getragen sein. Da kommen wir gleich drauf. Und ich weiß, dass nicht jede Idee ich realisieren kann. Und dann freue ich mich, wenn so eine Idee von selber läuft. Und wenn sie dann irgendwann läuft, bin ich auch gerne bereit zu sagen, jetzt macht ihr weiter. Ja. Aber manchmal muss ich echt Geburtshelfer sein. Und dann ist echt harte Arbeit. Und deswegen sage ich mir manchmal keine neue Idee. Weil du weißt, jede neue Idee ist immer Arbeit. Also es ist nicht so, dass man zack, oh, ich bin der Künstler und ich habe die tolle Idee und mache das mal so eben. Sondern im wahren Leben ist jede Idee wirklich harte Arbeit. Ja. Und da ist dann mein Vorteil, dass ich so ein bisschen der Nerd bin. Ich scheue die harte Arbeit nicht. Und im Gegenteil, es macht mir auch Spaß. Ja. Ja. Ja, aber manchmal denkst du, du bist ja jetzt zu alt genug. Also man muss dir doch die ganze Mühe machen. Und dann kommt ihr die neue Idee. Nee, 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 so nicht, so nicht. Nein, nein, nein. Also man ist nie zu alt für eine gute Idee. Das stimmt. Das ist schon mal definitiv so. Und apropos zu alt, aber man ist auch nicht zu jung, um sich mit dem Thema Weltall zu beschäftigen. Weil wenn diese Folge rauskommt, hast du bereits dein erstes Kinderbuch rausgebracht. Kekskrümel im All. Und das finde ich ja absolut Zucker. Ich habe das ja jetzt schon vorbestellt, weil ich das absolut meiner ganzen Family und Freunden und alle, die jetzt da in diese Altersgruppe reinpassen, muss ich das verschenken. Und deswegen frage ich dich jetzt mal, so ganz blöd. Also ich meine, ich habe jetzt ganz viele Podcasts ja gehört. Schwarze Löcher ist eines meiner Lieblingsthemen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann es immer noch nicht erklären. Kannst du mal so für Kindermünder erklären, was ein schwarzes Loch eigentlich ist? Es ist eigentlich relativ einfach. Es ist so viel Masse auf so kleinem Raum zusammengepresst, dass die Anziehungskraft so groß ist, dass nichts entkommen kann, noch nicht mal Licht. Und deswegen ist es schwarz. Alles verschwindet, was in die Nähe kommt, was zu nahe kommt. Und deswegen kann auch keine Information nach draußen kommen, denn das Schnellste, was es im Weltall gibt, ist Licht. Und keine Information kann schneller laufen als die Lichtgeschwindigkeit. Und wenn einmal was drin ist im schwarzen Loch, kommt es daher nie mehr raus. Und dann gibt es natürlich noch einen nächsten Schritt, und der hat mit der Zeit zu tun, dass schwarze Löcher auch die Zeit verändern. Die Schwerkraft verändert den Raum, und es zieht Lichtwellen auseinander. Und Lichtwellen sind eigentlich sowas wie eine Uhr. Das sind die fundamentale Uhr, die wir benutzen in allem letztlich. Alles ist letztlich sozusagen die feinsten Lichtwellen in gewisser Weise, die uns die Zeit geben. Und die werden so weit auseinandergezogen, dass die Zeit quasi stehen bleibt, zumindest für einen Beobachter von draußen. Deswegen verändern schwarze Löcher nicht nur das Licht, indem sie es verschlucken, sie verändern auch die Zeit, die sie messen. Das ist jetzt vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Da könnten wir uns auch noch was länger unterhalten. Aber am Ende sind schwarze Löcher in Raum und Zeit. Und tatsächlich sind es manchmal achtjährige Kinder, und deswegen habe ich dieses Kinderbuch auch mitgeschrieben zusammen mit meiner Frau. Ich hatte erst ein Buch für Erwachsene geschrieben über das schwarze Loch, Licht im Dunkeln. Und dann kriegte ich ein E-Mail von Kindern. Ich erinnere mich an ein E-Mail von einer Achtjährigen, die sagte, ich habe dein Buch jetzt zweimal gelesen und wollte es in der Grundschule vorstellen. Die Lehrerin hat gesagt, das ist nichts für Kinder. Ich war ja sehr frustriert. Aber es stellt sich aus, nicht die einzige Achtjährige. Es gibt andere. Später habe ich sie wieder getroffen bei einem Vortrag, hat sie echt eine tolle Frage gestellt über weiße Löcher. Was das denn wäre? Und ich dachte, oh, gute Frage. Junge, Junge. Ja, ich bin jetzt hier. Ich bin nicht wieder. Ich habe dir mal geschrieben. Ich bin jetzt zehn. Ich habe es jetzt viermal gelesen. Also Kinder sind unglaublich gut darin, Fragen zu stellen und einfach Sachen mal aufzunehmen, zu verarbeiten. Und ich weiß, an einer anderen Stelle habe ich mal einen Vortrag gehalten in der Kirchengemeinde. Da kam auch ein achtjähriges Mädchen hinterher zu mir und stellte eine Frage. Und ich dachte, ja, okay. Und sie stand da und wollte es begreifen. Und in dem Moment konnte ich es nicht beantworten, die Frage. Und du merkst es, wie das in ihr... Die fing fast an zu weinen, weil sie es wirklich verstehen wollte. Und ich dachte, wow. Und das berührt mich irgendwie, diese Neugierigkeit. Und das verstehen wollen. Das ist das, was mir so Freude macht. Und gerade im Gespräch und auch mit Kindern. Und auch eine große Motivation natürlich. Und diese kindliche Neugier, lass uns die wirklich behalten. Ja, bitte. Absolut. Und das ist ja natürlich auch deine Grundmotivation, um dich auch mal um Kinder zu kümmern mit deinem Thema. Und ich finde das großartig. Wahrscheinlich sollten das auch alle Erwachsenen erstmal lesen, damit man das erstmal so die Basics schon mal versteht. Die Basics hat, ja. Es ist tatsächlich, ich verrate dir, es ist tatsächlich die Erstsemester-Vorlesung für Kinder aufgeschrieben. Hör auf. Hör auf. Na super. Klasse. Echt. Richtig, richtig gut. Naja, und man ist ja nie zu jung, um sich auch mit der Erde zu beschäftigen. Und jetzt beamen wir uns mal einmal zum Thema Mut zur Persönlichkeit zurück. Du hast uns ja jetzt schon mal so ein bisschen aufgeklärt über die Weiten. Jetzt kommen wir wieder zurück zu uns. Mut, Kind zu sein. Das ist, glaube ich, jetzt noch die Schlussfolgerung. Das ist super, oder? Ja, ja, genau. Mut, Kind zu sein. Aber was heißt denn für dich oder wie definierst du Mut zur Persönlichkeit? Also Mut, deine Persönlichkeit zuzulassen. Nicht unbedingt immer rauszulassen, weil wir wissen, nicht alle Aspekte unserer Persönlichkeit sind immer optimal. Aber sie zuzulassen und zu verstehen, glaube ich. Und das ist etwas, was mir, ich glaube schon auch bei mir passiert, dass ich doch sehr auch ehrlich mit mir selber bin. Vielleicht nicht immer nach außen, aber mit mir selber bin ich, ich bin immer auch sehr kritisch mit mir selber. Das ist vielleicht auch ein Nachteil, dass ich vielleicht manchmal auch irgendwie das Gefühl habe, was ist was? Ich bin, habe ich mir selber immer nie gut genug. So. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich habe nicht genug getan. Das ist auch wieder ein Aspekt, an dem ich auch arbeiten muss und sagen kann, nee, jetzt entspann mal. Und gut genug ist besser als nix. Und das ist auch okay. Aber Persönlichkeit, glaube ich, bedeutet, wirklich ehrlich auf sich selber zu schauen und gucken, wo seine eigenen Grenzen sind und dafür auch nicht zurückzuschrecken und da ehrlich mit umzugehen. Aber dann auch fragen, warum soll ich das nicht auch können, wenn ich mich, also manchmal klappt es einfach, gibt es Sachen, die kannst du nicht. Das ist einfach nicht dein Talent. Und manche Sachen brauchst du vielleicht auch nicht machen, weil da bist du vielleicht okay, aber gibt es andere, die deutlich besser sind. Aber gibt es vielleicht Dinge, Projekte oder auch Möglichkeiten, die du hast im Leben, wo du sagst, warum kann ich das nicht mal probieren? Aber dann nicht zu denken, ich werde jetzt hier Superstar oder irgendwas, sondern echt verstehen, wo deine Grenzen sind. Das ist, glaube ich, entscheidend. Und was für mich immer wichtig ist, wenn ich irgendwas Neues mache, dass ich versuche, auf andere zu hören. Weil es gibt immer Experten, die in allem, was du machst, das ist einer meiner Mantras, in allem, was du machst, gibt es immer irgendjemand, der besser ist als du. Es gibt immer irgendwo einen Experten, der genau in diesem speziellen Bereich mehr weiß, mehr kann, ein besseres Talent hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass du der Einzige bist, der absolute Spitzen-Experte auf diesem einen Gebiet, ist verschwindend gering. Also für alle von uns gilt das eigentlich. Ja. Und deswegen versuche ich immer auch, mit solchen Experten zusammenzuarbeiten, zu gucken, wo sind gute Leute, und davon zu lernen und das dann gemeinsam zu machen. Ich bin ein echter Freund von Teamarbeit. Klar habe ich immer meine eigenen Ideen und ich bin auch nicht immer ganz einfach vielleicht, so im Umgang, aber ich versuche dann doch schon mal zuzuhören, was andere sagen. Moment, du bist nicht so einfach manchmal mit umzugehen. Pass auf, warum nicht? Was bringt dich denn auf die Palme, Heino? Kann dich überhaupt irgendwas auf die Palme bringen? Total. Also auf jeden Fall, also Ungerechtigkeit auf jeden Fall. Also damit kann man mich echt, kann man mich echt auf die Palme bringen. Dauerndes Rumgelüge und sowas, also da bin ich schon echt wissenschaftlich genug. Also komm, das sind die Fakten und Meinungen. Also das möchte ich gern trennen. Also ich kann echt eine breite Bandbreite von Meinungen tolerieren, aber mir dann mit irgendwelchen Unsinnfakten zu kommen, da kann ich wirklich ausflippen. Ausflippen, ja. Also ich versuche mich dann zu beruhigen und dann auch ins Gespräch zu kommen. Also das ist auch was, was ich gelernt habe. Auch wenn mich was aufregt, es hilft nicht viel. Also es ist immer ganz gut, mal zuzuhören und zu gucken, warum denkt der andere das und warum sagt er das? Und dann kann es manchmal gut gehen. Und was mich oft aufregt, ist dieses eben nicht warum nicht fragen, sondern zu sagen, nee, das geht nicht und ach, nee, das ist neu, das will ich nicht. Diese Innovationsfeindlichkeit, die wir manchmal haben, eigentlich fast in allen Bereichen. So diese, diese, ja, Gemütlichkeit, Behaglichkeit, in dem Alten zu bleiben. Das Alte ist schön, aber nicht auch mal bereit zu sein, mal einen neuen Weg zu geben, zu denken, es kann doch anders, es kann auch mal ein bisschen schöner zu sein. Klar, es läuft ja, aber ich glaube, wer es nicht schafft, immer wieder auch mal neu zu werden, neu zu denken, ja, der wird irgendwann auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Dem Müllhaufen der Geschichte, ehrlich. Ja, das ist so. Das ist so, das wäre auch ein super Titel mal. Ja, also, aber das ist ja in vielen Systemen, in Gesellschaftsordnung und in, dass man, dass man zu selbstsicher, zu arrogant und es ist super und so und das siehst du ja auch in Firmen und weiß ich was, also die ganz großen Firmen, die dann wieder verpassen, dass da eine transformative Technik kommt, ja, oder einfach nur eine Art umzugehen mit, mit der Welt und den Menschen, wo man sagt, ach, habe ich nicht nötig. Ein kleines Beispiel, wo ich mich, was ich so typisch fand, ich saß mal in der Bahn und da kam, saß eine Dame neben mir und da kam der Schaffner und sagt, ach, sie könnten jetzt auch mit der, mit der App einchecken und so. Och nö, will ich nicht. Die hatte das Handy und alles und der Schaffner oder so eine Schaffnerin war es sogar, sagte, ich kann Ihnen das aber auch zeigen. Also da wollte sich jemand Zeit nehmen, um jemandem mal was Neues beizubringen. Och nö, will ich nicht. Und dieses, ach nö, will ich nicht. Also man merkt schon, da, 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 da werde ich dann irgendwie. Aber weißt du was, dieses, ach nö, weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, das hat sehr viel mit Unsicherheiten zu tun und auch sehr viel mit Angst vor dem Scheitern oder Angst vor dem Versagen, sich irgendwie zu entblößen damit. Das ist ja auch, wenn du, wenn du innovationsfreudig bist, wenn du neugierig bist, offen für Neues, dann ist das auch sehr mutig. Also weil du ja im Endeffekt deine Komfortzone ja auch verlässt, zumindest schon mal mental, gedanklich und vielleicht dann sogar physisch. Das kann ja auch nicht jeder. Ja, man muss das ein bisschen trennen. Also man darf ja auch nicht naiv innovationsgläubig sein. Und das ist ja auch, was wir oft sehen, dass man wirklich naiv, werden Techniken und Ideen gehypt und so. Also da bin ich der Erste, der total kritisch danach. Und das ist genau dieser Prozess. Ja. Ja, also ich liebe neue Ideen und das Erste, was ich tue, ist, ich schieße kritisch drauf und rede mit den Leuten und zu verstehen, was passiert da wirklich und was sind die echten Potenziale von so etwas. Ja, ja. Und das andere ist, bedeutet ja nicht, sich mal auf was Neues einlassen, dass das jetzt komplett sein Leben revolutioniert. Das kann ja einfach sein, ich probiere jetzt einfach nur mal aus. Ach ja, ich immer wieder mal, dass ich kleine Sachen mache, so eine App oder irgendein Programm oder irgendwas anderes. Du programmierst ja auch. Ich einfach nur mal mache. und da stelle ich fest, ach ja, ich habe mal ein bisschen rumgespielt und das war es dann auch. Ja. Also, so. Also, das ist das Spielerische. Das vielleicht, das kommen wir mit dem Thema, mit dem Kindlichsein. Auch das Spielerische muss einfach seinen Platz haben und es ist nicht 50 Prozent und nicht 70 Prozent, vielleicht nur 5 Prozent oder 10 Prozent der Zeit, die wir da dran, äh, fällt mir das holländische Wort ein. Ja, hau raus. Besteiden. Wunderbar, ja. Ja, lieber dran. Ja, 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 ich weiß aber, was du meinst. Ich hole ihn auch. Ich habe auch schon so einen Aussetzer, wenn man so drei Sprachen immer irgendwie herwechselt. Ja, aber da, da sprichst du gleich, weil Niederländer, da kommen wir gleich nochmal, da kommen wir jetzt nämlich drauf zu. Pass auf. Ich wollte dich aber erst fragen, was hat dich denn im Laufe deines Lebens mutiger gemacht? Die Erfahrung oder der Austausch? Ich glaube, am Anfang war es, es ist tatsächlich die jugendliche Dummheit, dass man nicht weiß, was alles schief gehen kann. Ich hatte auch relativ wenig Angst vor Autoritäten und großen Dingen. Das ist so, also, ähm, das hat mich nie sehr beeindruckt. Ähm, vielleicht hat mir das mein Vater auch mitgegeben, der, ähm, der erzählte so aus seiner, äh, der war Arzt, war auch eine Zeit lang bei der Bundeswehr, ähm, da im Sanitätsbereich, ich bin da selbstständig gewesen und, äh, er hatte immer so ein, ein Motto, er sagt, ja, wenn der, der Offizier dich dann anschreit, dann stell ihn dir in Unterhosen vor. Ist auch nur ein Mensch. Und wenn das dann Nobelpreisträger ist oder weiß ich wer, äh, du weißt, es ist auch nur ein Mensch. Ja, das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, äh, wovon hängt dein Leben ab? Wovon, was ist der Erfolg deines Lebens? Und, ich habe total gern Erfolg, ich gewinne total gerne, das ist leider so. Das macht mich dann manchmal auch ein bisschen, ähm, ja, meine Frau sagt, du musst da lieber gewinnen wollen. Lass die Kinder doch immer gewinnen. Ähm. Du lässt deine Kinder nicht gewinnen, ehrlich. Na, du musst es ja schon lernen. Doch, doch, doch. Aber ich meine, die sind ja meistens so gut, wenn man denen spielt, die sind sowieso besser als einer. Also insofern. Das ist so typisch Wissenschaftler. Mein Vater war genauso. Ähm, aber, ähm, und das hat schon auch meiner Grundeinstellung, auch meinem Grundglauben an. Ich bin, bin Christ und, äh, und für mich ist schon auch so der, äh, der Grunderfolg meines Lebens nicht abhängig von der Arbeit. Ja, also das ist, gut, ich meine, als, als Protestant ist man so ein bisschen, sagt man, so ein Arbeitsethos, ja, also wo die Arbeit so ein bisschen das, das, das Leben ist. Äh, aber im tiefsten hängt man wirklich mein Erfolg des Lebens nicht davon ab. Und ich glaube, das gibt mir auch eine bestimmte Freiheit, Dinge anders zu versuchen. Also ich habe total keine Lust irgendwie zu scheitern oder, oder, ne, oder mich zu blamieren oder, äh, nicht zu gewinnen. Aber, es würde mich jetzt im Grunde meines Lebens nicht erschüttern. Mhm. Ja. Also ich trenne da tatsächlich meinen Erfolg meines Lebens von, ähm, ja, all den beruflichen Dingen und anderen Sachen. Und das hat ja dann auch wahrscheinlich sehr viel mit dem Hashtag getragen zu tun, auf den ich jetzt nochmal zu sprechen kommen möchte. Du hast ja auch schon gesagt, du meinst das eher in spiritueller Hinsicht. Jetzt ist natürlich die Wissenschaft und Glaube ist ja so ein, so ein, in meiner Wahrnehmung, da haben wir uns auch das erste Mal drüber unterhalten, ne, wo ich gesagt habe, wie bringst du denn das beides zusammen? Ähm, wie, wie kannst du denn als Wissenschaftler an, an das Universum und an all das, was da ist, äh, ja, forschen und gleichzeitig aber auch glauben, ne, das ist irgendwie von einem Geschöpf entstanden. Also, du sagst ja auch, es ist für mich nicht irgendwas, sondern es ist irgendjemand, ne, so. Ähm, sag mal, wie bringst du Glaube und Wissenschaft zusammen? Ich finde das unglaublich spannend. Ja, also, vor 100 oder vor 200 Jahren hätte man die Frage gar nicht verstanden, weil eigentlich alle großen Wissenschaftler, auf denen unsere moderne Wissenschaft beruht, waren eigentlich gläubig. Äh, und das war völlig normal. Und das war auch Teil des Denkens, dass man über die großen Fragen hinausdenkt, weil man weiß, mit, äh, den rein physischen Antworten komme ich nicht weiter. Was steht am Anfang des Universums? Was war, was war vor dem Urknall? Was ist jenseits der Grenzen? Das ist innerhalb der Wissenschaft grundsätzlich nicht zu beantworten. Ob dann da jemand ist oder etwas, das ist etwas, was eine Frage des Glaubens ist, am Ende. Und, äh, das ist etwas, was ich nicht beweisen kann. Und, ähm, aber immerhin, wir sind, wir sind jemand, ja, warum soll nicht am Anfang auch jemand da sein? Ähm, und das bestimmt schon meinen Blick auf dieses All, dass ich nicht völlig alleine bin, tatsächlich. Und einer der, der Grundüberzeugungen eigentlich im christlichen Glauben, den ich auch schon versucht habe, zu, äh, internalisieren, wie dieses schöne Wort heißt, ähm, ist, dass du dein, dein Heil, deine Gnade nie selber machen kannst. Ja, du kannst, du kannst dir dein Glück nicht erarbeiten, sondern das musst du dir am Ende schenken lassen. Und, das fand ich eine sehr beeindruckenden, gerade für so einen Workaholic wie mich, ist das, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft, die immer wieder mal wahrzunehmen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein sehr tiefer, christlicher Gedanke. Du kannst es dir nicht verdienen am Ende. Ja, sondern du musst es dir schenken lassen. Vielleicht ist es ein protestantischer Gedanke, weiß ich nicht. Aber, äh, und, weil, ich meine, Gott und, und das Universum, alles ist immer größer als du. Und du bist eigentlich nur ein kleines Sandkörnchen. Auch mit allen großen Erfolgen, mit allen Preisen. Wenn ich jetzt noch alle, alle Preise auf dieser Welt abräume, ich bin doch immer noch nur ein Sandkorn in diesem Weltall und bin irgendwann weg und kann nichts mitnehmen in den Himmel. Ähm, und das heißt, das, was da an, an, was ich wirklich an Glück und Erfüllung brauche, das muss ich mir schenken lassen. Das kann ich mir nicht erarbeiten. Ja. Ja. Und, ja. Guter, guter Gedanke. Ja. Ja, stimmt. Geht, geht tief. Ja. Ja, und ich glaube auch, dass das natürlich in unsicheren Situationen natürlich auch sehr, sehr motivierend ist und auch bestärkend ist und auch im Umgang mit Kritik. Ich meine, guck mal, mir wurde mal früher gesagt, je erfolgreicher du bist, desto mehr stößt du auf Gegenwind. Das erfährst du, denke ich, auch, nehme ich mal an. Wie gehst du mit Kritik um? Unterschied, ach, ich würde nicht sagen, es ist mehr geworden. Also in gewisser Weise vielleicht sogar weniger, weil es trauen sich Leute gar nicht mehr so offen, ihre Kritik zu äußern. Früher war das ja eigentlich viel normaler und ich finde Kritik, weil ich ja auch diese Selbstkritik sehr wichtig halte, also eine gut formulierte Kritik, die jetzt nicht nur einfach auf, auf jetzt bösartig gemeint ist. Manchmal ist Kritik ja auch, ist ja Teil eines, eine Auseinandersetzung. so ein Affenfelsen, oft sind ja so Projekte und Umgebungen so ein Affenfelsen und der, der sozusagen oben sitzt, hat alle anderen in den Wind geschlagen und dann ist Kritik nur ein Teil dieses Machtkampfes und das macht natürlich total keinen Spaß. Aber wenn es eine ernst gemeinte Kritik ist, ist es total wichtig und da denke ich auch echt lange drüber nach und das verändert auch was bei mir, wo ich sage, ah, okay, da muss ich nochmal gucken, hast du das richtig gemacht und manchmal verstehe ich auch Kritik und sage, ja, ich verstehe die Kritik, wo es herkommt, aber ich mache es trotzdem anders, weil, dann habe ich eine Begründung dafür, für mich selber auch, weil ich manchmal vielleicht auch mehr Möglichkeiten sehe, weil ich manchmal auch mehr die, ja, ich bin da auch vielleicht naiv optimistischer, ich sehe manchmal das, das Gute der Veränderung, die da kommen könnte und denke, da gibt es Möglichkeiten, lass uns doch mal versuchen und andere sagen, ja, das wird ja nie klappen und, und, und und erstaunlicherweise, meistens klappt es dann doch. Ich fand das, ich fand das interessant, du hast vorhin auch gesagt, egal, ob man eine große Idee träumt oder eine kleine Idee, am Ende macht das gar nicht so den Unterschied, weil beides macht gleich viel Arbeit oder vielleicht ist die große Arbeit, die große Idee sogar schneller erledigt als die kleine. Bist du jemand, der, du hast ja auch gesagt, kleine, große Träume sind genauso wichtig, also wir brauchen auch die kleinen Dinge, um die großen zu erreichen, aber wie groß oder klein, muss denn ein Ziel sein, um motiviert zu sein oder liegt da die Antriebsfeder ganz woanders, also für dich, weil, weißt du, ich glaube... Übrigens, die kleinen Ideen sind auch gut, um dich selber zu trainieren. Aha, ja. Ja, das ist ein gutes Spielfeld, immer wieder. Ja. Also es gibt immer wieder auch Dinge, wo ich wirklich irgendwelche Sachen rumbastle und was ich weiß, wo ich einfach sage, wo man sagen würde, das ist totale Zeitverschwendung, was du da machst, ja. Was denn zum Beispiel? Klar, das könnte jeder andere besser. Was denn zum Beispiel? Wir machen jetzt für unsere Kinderlesung, fange ich an, irgendwelche kleinen Dinge zu bauen, sogar kleine Schaltungen zu machen und sowas, ja. Sachen, die man irgendwie vielleicht auch im Profi hätte machen lassen können, aber es ist dann für mich eine gewisse Auszeit zu sagen, okay, oder ich programmiere irgend so ein kleines Programm, Programmchen, um was zu erledigen. Kostet total viel Zeit und Energie, ja, und wird nie Geld verdienen oder irgend sowas, ja, aber es ist für mich so eine gewisse Auszeit und auch der Kreativpunkt dann, wo man sagen kann, okay, du kannst ja doch noch so ein paar Sachen selber machen. Ja, ja, ja. Aber was machst du denn am liebsten, wenn du nicht arbeitest? Was mache ich am liebsten, wenn ich nicht arbeite? Ja. Tatsächlich arbeite ich sehr gerne. Also ich glaube, ich rede sehr gerne und ich brainstorme sehr gerne. Ich habe sehr gerne tatsächlich Ideen, stelle gerne Fragen. Ich mache aber auch gern Sport. Also wir wandern gerne. Ich spiele Volleyball. Ich habe ein kleines Ultraleichtflugzeug, von dem ich immer wieder mal rumfliege, aber da habe ich so gut wie keine Zeit für. Also bewegen, gerade im Mannschaftssport, finde ich sehr, warum man auch wieder mit anderen zusammen ist. Andere laufen gerne für sich. Ja. Ich finde es langweilig, ich brauche immer irgendwas, wo ich was zu tun habe, also einen Ball. Also sonst, warum laufe ich rum, wenn ich keinen Ball habe? Ja. Also das müsste irgendein Ziel haben, diese Bewegung. Wie bläufst du hinterher? Oder auch, wenn wir wandern, wir wandern nach, wir haben irgendwann angefangen, diesen Jakobsweg zu pilgern, und zwar von Köln aus, immer in Etappen. Krass. Und das war viel besser, als immer im Kreis rumzugehen, weil du hast ein Ziel. Also das ist so ein bisschen meine Persönlichkeit dann da. Da will ich auch irgendwann ankommen. Also wir sind jetzt, glaube ich, 1800 Kilometer gelaufen, sind noch 800 Kilometer vor uns. Wow. Aber dann hat man ein Ziel und will dahin. Okay. Also das, irgendwie habe ich, glaube ich brauche immer irgend so ein Ziel oder ja, so völlig befreit rumlaufen. Nee, das habe ich auch nicht. Kann ich auch. Kann ich auch. Kannst du? Es muss nicht zu lange sein. vor allem nicht die gleichen Wege. Nicht immer die gleichen Wege. Ich werde wahnsinnig. Deswegen ist auch so, abends mal eben so ein Spaziergang durchs Veedel hier in Köln, ist dann auch immer so, ja, können wir machen. Aber habe ich schon halt es dir mal gesehen, so. Genau. Aber das ist irgendwie auch in mir drin. Das kann ich auch nicht, das kann ich nicht ändern. Das ist, wie es ist. Aber sag mal, wenn du ins Universum blickst und wieder zurück auf unsere Erde, was macht denn unsere Welt so besonders? Naja, wirklich, das ist schon verrückt, wenn du darüber nachdenkst, dass wir aus dem gleichen Staub, Sternenstaub gemacht worden, gemacht sind, wie alles andere in diesem All. Wenn du an die Sterne hinauf guckst, weißt du, wir bestehen aus dem gleichen Material. Und ihr seid viel größer, viel weiter, viel heller, viel mächtiger eigentlich als jeder Einzelne von uns hier unten. Aber wir können denken, wir können reden, wir können fühlen, wir können Ideen haben, wir können die Welt verändern, bewusst verändern. Und wir haben eine Verantwortung dadurch für diese Welt und für dieses Leben. Denn wir müssen auch gucken, was an unseren Innovationen tut der Welt gut. Vieles tut ja nicht unbedingt immer direkt gut. Und das macht uns eigentlich besonders. Also, und es ist dann auch nicht nur der eine, sondern es sind die vielen, die auch miteinander leben, denken, fühlen, Geschichten erzählen, singen. Herrlich. Das, ja, das tun wir viel zu selten, also nur noch in der Kirche und im Karneval. Aber, ja, also so, so, also einfache Dinge, die der Mensch kann und die ein Stern oder ein schwarzes Loch eben nicht kann. Ja, na ja, stimmt, absolut. Gibt es denn eine Superpower, die du sagst, die hätte ich gerne? eine Superpower, die ich gerne hätte. Ja. Ja, vielleicht so ein bisschen rumfliegen oder so. Machst du das schon mit deinem Leichtflugzeug. Machst du das schon. Musst du dann mal öfter hingehen. Aber weißt du, aus dem Haus rausgehen, mal so eben jetzt durch die Lüfte fliegen und dich woanders hin. Ja, das ist natürlich, ja. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass nicht alles so einfach ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, unsere Superpower ist eigentlich unser Herz, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Das sind echt die Superpower des Universums, weil die echt kein anderer hat. Weißt du, fliegen können auch die Vögel, aber die können keine Gedichte schreiben. Die können singen. Aber wir können so viel, was andere nicht können. Und ich glaube, wir sollten begreifen, was für Superpower wir eigentlich haben und was das eigentlich besonders, wie besonders das ist in diesem Weltall. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das auch zu beschützen. Du hast mir in unserem Vorgespräch hast du gesagt, das fand ich so schön und ich habe es immer noch behalten, nirgendwo aufgeschrieben, aber der Mensch ist das kosmische Juwel des Universums. Das hast du gesagt. Das fand ich so schön. So was habe ich gesagt? Ja, schön. Tolles hast du gesagt. Nicht nur Müllhaufen der Gesellschaft, sondern du hast, das hast du gesagt und ich finde, darin liegt so viel. Darin liegt, wir alle haben es in der Hand. Wir alle haben eigentlich alle Power, die wir brauchen, um Dinge zu verändern, um Dinge besser zu machen, um uns besser zu machen, um alle anderen um uns rum mitzunehmen, um einfach das so zu hinterlassen und Spuren zu hinterlassen, wie wir es uns auch im guten Sinne vorstellen möchten und dass der Mensch im Grunde gut ist. Es ist natürlich auch ein Buch im Grunde gut, aber das habe ich auch gelesen, es hat mir auch sehr viel Hoffnung gegeben und muss sagen, das ist wirklich, also auch gerade deine Sicht als gläubiger Mensch, aber auch als Wissenschaftler, dieses, das, was wir hier auf der Erde haben, ist was ganz Besonderes, was auch beschützt werden muss. Das berührt mich sehr, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich glaube, wir können das auch. Ja. Und wir dürfen eben die Hoffnung nicht verlieren, wir dürfen uns eben nicht von, natürlich gibt es Leute, die uns sozusagen die Hoffnungslosigkeit einreden wollen, es sollte nicht die Fakten ignorieren, aber die Hoffnungslosigkeit, die sollten wir uns nicht einreden lassen. Ja. Welche Spur möchtest du denn hinterlassen? Kixkrümel? Ach, wenn ich, ja, nein, wenn wir also begreifen, dass wir zwar Kixkrümel sind, aber geliebte Kixkrümel in diesem All und da so ein bisschen, ähm, hey, Dachdenken und Rationalität ist gut, aber sich lieben lassen und vielleicht ein Stück glauben und hoffen, äh, das ist auch okay, ähm, wenn ich da so eine, die Tür einen Spalt aufmachen kann für Menschen, dann glaube ich, habe ich eine kleine Spur hinterlassen. Schön, so, jetzt kommen wir gleich, Heino, ganz ehrlich, ich könnte mit dir stundenlang weiterreden, aber das ist jetzt auch nicht das Ziel, wir können es dann besser fortsetzen. Wir kommen allmählich zum Finale und es gibt immer ein Feuerwerk, mit dem ich die Schlussfrage einläute. Bist du bereit? Hoi, hoi, hoi. Okay. Quatsch. Also, du wirst sehr schnell checken, wie es geht. Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halbleer? Halb voll, natürlich. Laut oder leise? Leise. Theorie oder Praxis? Beides. Fragen oder Antworten? Auch beides. Den schummelt es aber. Okay, na gut. Unendlichkeit oder Endlichkeit? Endlichkeit, Unendlichkeit gibt es nicht. Okay, zweite Folge auf jeden Fall. Schon mal ein Teaser. Zweifel oder Gewissheit? Zweifel. Das führt nämlich zur Gewissheit. Komfortzone oder Abenteuer? Ja, Abenteuer. Was sind dein Lieblingsessen? Wovit kann man dir mal so richtig eine Freude machen? Na, Reibekuchen mit Apfelmus. Und noch irgendwas dabei? Lachs oder so oder einfach nur pur Reibekuchen mit Apfelmus? Tatsächlich. Also bei uns, also mein Vater kam aus Ostpreußen und da wurde immer Zucker auf alles drauf getan. Also kommt bei mir auf den Reibekuchen tatsächlich noch Zucker, was glaube ich nicht ganz so rheinisch ist. Aber das ist okay. So Zimtzucker oder Zucker? Zucker. Okay, ich merke es mir. Was ist denn dein Lieblingsdrink? Auf was lässt du dich denn gerne mal einladen? Leitungswasser. Immer nur Leitungswasser und ich bringe alle zur Verzweiflung damit im Restaurant. Ist das so? Ja. Ja. Ich finde, also ich habe früher viel Cola und sowas getrunken und das ist wirklich schlecht für dich. Ich habe es irgendwann dann auch geglaubt. Man hat es mir zwar immer erzählt, aber man merkt es dann am eigenen Leib. Ja. Und wenn du da mal so Sport gemacht hast und trinkst du Leitungswasser, denkst du, was für ein köstliches Gut ist das? Ja. Und dann fragst du dich, warum muss man das mit dem Lastwagen durch die Gegend fahren, wenn es doch wirklich überall freiwillig, ja nicht ganz freiwillig, aber es strömt zu dir. Und es ist auch nicht ungesund, wenn es aus der Leitung kommt. Also da ist dann auch mein Rationales, wo ich sage, so ein Quatsch, warum muss ich da süßes oder mit Lastwagen hin und her gefahrenes Wasser tragen, trinken? Ja. Ich lade dich herzlich gerne mal auf ein Leitungswasser ein, Heino. Und jetzt kommen wir zur Schlussfrage. Und zwar, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Heino, ich bin super gespannt, was du antwortest. Weil uns das als Menschen auszeichnet. Wir sind Persönlichkeiten und die Menschheit, glaube ich, kann nur weiterkommen, wenn wir uns als Persönlichkeiten verstehen und als Persönlichkeiten leben und als Persönlichkeiten auch annehmen. Vielen, vielen lieben Dank, Heino. Ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Gibt es noch eine Frage, die du gerne hättest beantworten wollen? Nee, dann glaube ich, sind wir heute Abend noch beträftigt. Ja, ja, ja. Also ich glaube, wir finden immer wieder Fragen. Aber ich danke dir, weil mein Fokus war jetzt wirklich zu verstehen, woher kommt dein Mut und einen kleinen Brave-Fact zum Schluss. Du wurdest ja auch im Namen des niederländischen Königs zum Ritter ernannt. Das habe ich als Verdienste für all deine wissenschaftlichen Errugenschaften. Ernannt, aber nicht geschlagen. Ja, was ist jetzt der Unterschied? So darf ich das nochmal ganz kurz am Ende fragen, weil das verstehe ich nicht. Ich habe das nämlich gegoogelt und ich habe es nicht verstanden. Naja, es ist eine Art Orden. Also es gibt verschiedene Orden und das ist der Orden des niederländischen Löwen und der wird so 20 Mal im Jahr vergeben für gerade Künstler, Wissenschaftler, auch Sportler, wenn sie mehrere Olympiamedaillen gewonnen haben. Das fand ich dann schon irgendwie beeindruckend. Ich habe gesagt, okay, ja, und ich als Deutscher ist das schon relativ selten. So viele gibt es davon nicht. Ganz toll. Echt? Muss man dich jetzt Sir oder ist das jetzt in deiner Ansprache auch mit drin? In Holland, wo ich hier arbeite, da duzt man sich natürlich nur und dann ist man im Heino. Die sind einfach cool, die Niederländer, das muss man einfach sagen. Nicht immer, aber in bestimmten Dingen schon. Okay, darüber reden wir dann auch nochmal ein andermal. Es ist schon interessant, die Unterschiede zwischen Deutschland und Niederlande kennenzulernen. Naja, das ist schon, also ich fühle mich da sehr wohl. Ich fühle mich da sehr wohl. Schön, sehr gut. Okay, also über die Unterschiede Deutschland-Niederlande können wir ja vielleicht auch nochmal später sprechen. Ich danke dir auf jeden Fall. und alle, die sich jetzt fragen, oh, ihr habt da jetzt irgendwie über Bücher gesprochen, ich werde natürlich die beiden Bücher von Heino werde ich auch unter mutzupersönlichkeit.de in unserem Blogartikel natürlich verlinken. Es gibt diesen Podcast nicht nur zum Hören in euren Podcastdiensten, sondern auch auf YouTube. Wenn ihr einfach Mut zu Persönlichkeit und Heino googelt da drin oder sucht in dem Fall, dann findet ihr das Video auch sofort. und ich danke dir, Heino, ich danke euch vor allem auch fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, ja, ein Like oder auch eine Bewertung ist natürlich auch ganz, ganz toll, damit auch ganz viele den Weg in diesem Podcast finden und damit auch ihren Mut zu Persönlichkeit. In diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Schirin. Ciao! Tschüss! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit! Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.